Darwin Project ist ein totes Game. Nein wirklich, das Spiel ist einfach tot. Spätestens nachdem man 20 Minuten in derselben Lobby chillt, weil einfach keine Spieler joinet und dann am Ende von den gleichen Schwitzern zerstört wird, checkt auch der Letzte, dass das Game einfach tot ist. Aber das muss ja nicht direkt schlecht sein. Da niemand in der Lobby joint, bringe ich einfach selber Leute dazu, die Lobby zu joinen. Also habe ich ein paar Freunde angeschrieben. Die meisten davon aus dem Gartek von Video von letzter Woche. Checkt das Video gerne ab, ist mega lustig geworden, verlinke ich euch oben rechts. Aber was habe ich jetzt mit den ganzen Leuten und einem toten Game vor? Ganz einfach, wir joinen einfach alle in dieselbe Lobby und zerstören uns gegenseitig. Okay, okay, wieder ganz schön viele Bäume sammeln. Jawohl, jawohl, und ein Schild machen uns dann. Oh, ich habe gleich 10 Holz einfach. Weg, was du mal? Hier ist ein Portal bei mir. Ein Portal? Ja, oder so, irgendwas. Keine Ahnung, komm mal bei mir rein. Wollen wir hier durch, durchs Portal, schauen, was passiert. Wollen wir machen, wenn wir können. Ja, warte, ich mache noch einen Pfeil und dann geht's los. Let's go. Okay. Aber wir sind auf der anderen Seite der Map jetzt. Wo die mittlere Zone ist, gleich gesperrt. Nee, die ist schon gesperrt. Ach so, ist schon. Die ist richtig weg jetzt, ja. Links, unter uns, dort, wo du bist, den Gegner. Äh, warte. Nee, 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 oder? Doch. Nee, über. Ah, doch, ja, du hast recht, du hast recht. Ja, die kommen, die kommen, die kommen, die kommen, die kommen. Okay, wo sind die? Die kommen. Von der Richt, äh, von der Richtung, äh, 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 dort, dort, einfach, dort, wo ich hinguck gerade. Ah, ja, ich seh's, ich seh's, ich seh's, ich seh's, ich seh's beide. Oh, fuck, das war nehmt schon. 150. Oh, perfekt. Perfekt. Ich hab einen geholt. Nee, getroffen nur. Ja, ja, box ihn, box ihn. Oh, Mann. Wo ist denn was passiert? Na ja, auch. Hab ihn einmal getroffen. Sehr gut, sehr gut. Hab ihn, hab ihn. LOL. LOL. Ich bin so fucking tot. Ich bin so fucking tot. Nee, ich bin tot, ja. Oh, Mann, dicker, ja. Oh, Mann. So, ding. Hals, Maul. Digga, das ist safe. Ja, da ist noch im Haul. Der, wer ist das? Das ist, äh, das ist einfach, äh, Dings. Ich weiß nicht, ich kann ihn nicht, äh, scannen. Hals, aber okay, keine, keine Dinger mehr. Keine. Das ist so doll fucking Kai, alter. Ja, ich bin tot, ist Kai gewesen, scheiße. Ja, warum ist Kai so fucking tryhard, alter Junge? Ey, digga, willst du mich verarschen, alter? Digga. Ich hab ihm, ich hab ihm, ich hab ihm, ich hab ihm gerade einfach die fetteste Motivationsrede gegönnt. Dann hat er die Fäcke ich glatt. Ja, jetzt, jetzt, langsam geht's voran. Oh, ja, sehr, sehr wichtig. Wichtig, wichtig. Nehmen wir mal Schneebälle. Ja, ich mach mal, äh, Schild. Schild ist wichtig, macht ihr auch ein Schild? Hört's einfach alles ab, komplett. Und dann gehen wir gleich zum Airdrop, würd ich sagen, da vorne. Ja. Okay, okay, okay. Oh, ich müsste mich, äh, ich müsste mich, oh. Der Prototyp Ehrenmann. Ich glaub, das Grüne sind wir ja. Ja, genau. Ja, genau. Ah, das war welche. Oh mein Gott. Lass hin, lass hin, lass hin. Ja, ist halt bei uns. Es leben noch, es leben noch alle acht. Oh, was? Oh. André hat, André hat, äh, Philipp gekillt. André hat Philipp gekillt. Okay, ich hab ihn geschützt, ne? Ah, hier, 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 Steps, Steps, Steps. Lass mich hier hoch, hier hoch. Oh, ich hör was? Ja, hier, hier unten, hier unten, bei uns. Äh, schieß. Ja, mach ich. Dein, der steht einfach nicht. Der steht einfach, hab ich nicht getroffen. Oh mein Gott. Der kommt hoch zu dir. Ja. Ich seh's, ich seh's. Wichtig. Dein hat, äh, Schuld, Schuld strong. Nice, ja, hab ihn. Get it. Oh, hat mir 200 gegeben. Ich muss kurz, äh, chillen. Ah, scheiß, ich hab nur noch 200 HP. Ich hab auch noch irgendwie 200. Oh, ich hab keine Pfeile mehr. Bann ich. Scheiße, scheiße. Oh, fuck, ich hab noch 100 Leben. Zurück, 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 zurück. Wir ziehen uns zurück, das ist Bullshit. Ich hab keine Pfeile mehr und mir ist kalt. Ich hab auch kein Holz. Ja, mir auch. Okay, äh, wenn wir voll sind, dann müssen wir sofort weg, weil die sind da vorne. Siehst du, das Feuer da? Komm, schützt, ja, 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 ja. Okay, dann müssen wir sofort weglassen in die andere Richtung. Ja, die sind genau auf der anderen Seite. Ah, ja, ich hab, da siehst du was. Lol, guck mal, wie laut der ist. Ja, ja, lass hin, lass hin, lass hin. Alter, wie er ihn markiert hat. Äh, lass ihn snipen, lass ihn snipen. Digga, es ist so schwer, sich hier zu orientieren. Oh, ein Reh. Da raste ich einfach nur aus, also, das. Oh, was? Ja, wir müssen raus. Ja, 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 da lang. Und es ist auch einer irgendwo, glaube ich, gewesen. Lass ihn abfangen, lass ihn abfangen. Ah, ja, ich sehe beide. Wir waren... Sind wir tot? Ne, 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 wir müssen raus. Nein, ich hab gefriert, Digga. Ich hab kein Holz. Ich hab Holz gemacht, schnell. Ich hab, äh, Feuer. Ich bin tot. Shit. Ich bin tot. Ich versuch irgendwie ein bisschen was zu snipen. Äh, warte mal. Geh mal gucken, steh mal gucken. Oh, ja, da sind Steps. Hier ist eine Rehe, hier ist eine Rehe. Ich sehe sie, ich sehe sie, ich sehe beide, ich sehe beide. Also, da, da campen die gerade. Hm, hm, hm. Wo hast du geheißen? Ah, ne, hier unten rennt er, hier unten rennt er. Er rennt hier. Einer dauernd? Ja, ja, ja. Der eine rennt zu dem, die Reiche, du, du. Ja, ich sehe es, ich sehe es. Der hat, glaube ich, einen Energy-Train gekriegt. Ich hole mir den, ich hole mir den. Der weiß nicht, wer ich bin, Junge. Aber ich sammle die Pfeile hier ein. Ich hab gerade, ich muss auf Fernkampf gehen. Ich muss auf Fernkampf gehen. Ja, der rennt hier unten, hier unten, ein Ding, so cool. Ja. Hinter dem Haus, bei dem Dach. Oh, hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Let's go, let's go, let's go, let's go. Oh, vor mir. Oh, nein, 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 nein. Da ist er alleine, da ist er alleine. So wie es aussieht, ist er alleine da. Der looted gerade, der heilt sich, der macht gerade ein Feuer. Okay, okay. Und noch Pfeile, so wie es aussieht, noch der Pfeile. Ja, richtige Richtung. Erst dort, erst dort, ich hab das Ziel, ziel, pass auf. Sof, da steht die ganze Zeit am Feuer, da steht die ganze Zeit am Feuer. Oh, da hat sich hinter dir, da steht hinter dir, hinter dir, hinter dir. Haben wir ihn? Jawohl. Der kommt, der macht noch nah, komm, der hat keine Pfeile mehr. Okay, ja. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ja, ich, äh, ich flieg kurz. Jetzt sind wir noch die ganze Zeit dort, zusammen mit Pfeile auf und, äh. Alles, Bob. Guck mal, ich kann ihn sogar spotten für dich. Oha. Oh, der ist halt voll, der ist halt voll. Ich würde mich gerne verpieseln. Ähm, er looted weiter. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Er kommt, wenn du hast gesehen, ja, er hat dich gespottet. Und, ja, jetzt rechts, rechts, links, links, links. Perfekt. Warte, ich kann gucken, wie, ich kann dir zeigen, wie viel er noch hat. Muss jetzt nach Kampf gehen. Okay, da hast du einmal, oh, perfekt, Decker. Oh, jetzt habe ich wegteleportiert. Ja, dort unten, siehst du ihn, ja? Ja, 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 ich seh ihn. Okay, da hat noch Half-Life, Half-Life ist er, Half-Life. Ja, okay. Ich bin stuck. Das ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Es wird kalt. Ja, kalt. Ah, dann, da kommt jetzt durch Tor. Tor, durch. Komm, komm doch. Das war ein Haptic. Ich habe keine Pfeile mehr. Nein. Das ist falsch, jetzt auf. Komm schon. Als ob. Abteil, der kommt. Ja. Er ist eigentlich, jetzt rechts von dir, rechts. Hinter dir. Halt's. Oh, so ein Bullshit. Nein, fuck. Droppt gerade eine Atombombe in der Mitte. Ah, die laufen gerade alle weg, oder? Ja, aber ich glaube, sie schaffen es nicht. Die schaffen es nicht. Alter. Also, der Dreier da? Oh, ist tot? Da ist sie getötet. Da ist Philipp getötet. Ich glaube, das ist schon wieder derselbe, den ich vorhin auch gekillt habe. Oh, Junge.